Hey 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 und damit halten wir jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch zusammen mit Nicole, Gamer und Hallikon. Röchtest du denn? Jo. Okay, gut. Ich hab keinen Overwatch-Stand, ich hab den ausgemacht. Nein! So, unser nächster Charakter mit dem wir spielen, D.VA. Ich erschroff wieder. Tut mir leid. Kein Problem. Gut, das heißt ich muss jetzt irgendwie kurz durchrunden, dann kann ich nicht. Was kann ich denn? Okay. Bestick hab ich nicht. Okay. Du könntest ein Tanktier. Du kannst damit auch in die Luft fliegen, Julian. Interessant. Okay, und? Was ist das für eine Vision? Ähm, das ist sowas wie, ähm... Ein Schild. Es ist so, dass sie zerstört werden. Äh, 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 dieses Visier. Alles was auf dich wär'n, äh, äh... Ein Abfangschild. Ah. Bis und, 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 und... Die werden halt einfach zerstört. Alle Projekte viele. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Okay, wir wissen, die Gegner haben einen Scheintred. Verteidigen. Meint ihr, dass ihr mit meinen APM mithalten könnt? Die Kalle hat einen goldenen Anzug. Mhm. Muss ich nach... ach, ich muss doch nicht nachladen, das ist ja nice. Nein. Muss man nicht. Ja, du musst doch nicht hin. Mhm. Ist das ein Schild? Man fährt von Mukundi. Mhm, die haben Farah, Zaya, Ferdinand, Schwinden, komm. Mukundi? Und Roradok. Der Roradok hat schon Headshots für mich. Oh, der ist ein netter Tank von mir. Der nennt sich Julia. Haha. Oh, links steht einer. Oben ist einer in Luft. Oh, ich bin hoch. Nein, nicht mich hoch. Oben ist Down. Lucille. Der hat nur nicht zu. Ah, Widowmaker. Hey, du bist so Widowmaker. Lol. Lass uns nicht abballern. Lol. Toll. Interessant. Interessant. Oh. Tschüss. Tschüss. Kann ich, wenn hier aus meinem Answer kommt und überhaupt noch irgendwas? Kann ich meinen Answer zurückfinden? Einer ist Antwort, wir müssen hier Answer vertreten. Wir haben voll das Unbalanced Team. Oh, ah, hinter mir. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Nein, nicht richtig. Ich richtig. Ich richtig. Ich richtig. Ich richtig. Oh. Was ist meine Ulti? Hm, du, der Roboter, ähm, bleib stehen. Also, ich würd dir empfehlen, wenn du dich einsetzt, zuerst fliegen einsetzen. Okay. Weil dann fliegt der Roboter noch in die Richtung. Okay. Und der Roboter wird dann explodiert. Ah. Ah. Ich hab dich im Wesen. Sterb ich da weit hier und wenn ich noch drin sein? Wenn, wenn du in der Nähe bist. Du springst raus. Ach. Ach. Ich hab ihn direkt durch durch. Ah. Ah. Ich hab rein getrackt. Ah. Ah. Träven ist in dem Modus nicht gut. Ja eben. Trämmt aber nicht. Ha! 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 Fieber meldet sich zurück! Ah! Ich hab eingrillt! Du hast die Ars abbekommen? Ja, aber wo? Black Widowmaker? Mein Black-A-Strechen ist doch nicht. Hm... Was? Die Russe! Ressort von! Wie bitte! Okay, interessant ist das. Interessant. Wie viel Leben die hat? Das ist auch ein Tank. Ja, ist auch ein Tank. So. Sche... Ha! Ah! Ihr schaut irgendwie immer zu! Oh... Nein, ich will nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Ah, weg! Okay, 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 okay! Alles sehr interessant! Der Reaper! Woodermaker links! Ah! Woodermaker links! Und der Voltif! Und der Volt! Das ist nicht so! Ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Ah! Mann! Oh, da kann ich die Jojo gehen, mach's ja. Wer halt mich? Ja, halt mich. Nein, 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 nein. Oh, ich hab dich doch. Oh, Curry! So greif! Oh, nein, ich hab's hier. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Oh, nein, nein, nein. Oh, er hat mich ja alle verzügt. Oh, Mann. Immerhin gut. Geh weg, Reaper! Sorry, halt die Leg. Okay, ich hab... Ah, okay, ich hab natürlich... Ich wurde vom Reaper getötet. Ohne den Dingswurz hab ich nur Ruhig. Sag die Widowmaker. Ah, Verzeih, Verzeih, los! Ah! Wow! Noch gar nicht. Wow! Ähm... Okay. Jetzt hat er grad Ulti und ich kann ihn nicht treffen. Er ist low! Wow! Ach, Mann. Die Fettvergutze ist auch so richtig unfair. Ab oben, komm, ab oben! Ab oben, komm, ab oben! Boah! Easy. So. Die Sprüncke machen die Spiele total. Das ist eure gerechteste... Bis vorne hier... Ich muss meine Fähigkeiten einfach viel öfter einsetzen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Tschüss, bin weg, bin weg, bin weg! Oh Gott! Sosio war hinten rechts. Oh, nein, 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 nein! Ja! Ja, hinten rechts. Wir haben reingepaart. Ja, und ne Tracer! Fuck das Sch... Tracer verfuckt mich. Ist er sehr sehr unnet. Nicht leist. Ich leist Tracer. Juna, wenn du reinhardt da und suchen könntest... Tracer down. Ich hab's versucht. Oh oh. Reinhardt! Tracer ist unter meinem Beheerteil. Ich weiß sie nicht. Ach das ist gar nicht Tracer, das ist Reaper. Ja, ja, ja! Reaper! Jetzt kommt dein Tracer, Mann, aber Reaper ist... Und... Das war ein bisschen weit weg. Rainer kann das an, das ist ja ein Schild blocken. Ja! Ich hab nicht gesehen, dass er den Schild hat. Ich hab den Lust, dass du voll erdarmst. Ich hab Wusstungen gefunden. Ach komm, hör auf, ich kann's auf sie. Nein, das muss doch nicht sein. Lord of is down gleich. Scheiße. Sie hat halt den Vorteil, sie kann sich da nochmal regeln, auch wenn sie einmal tot war, theoretisch. Ja. Reaper hier unten. Ach, der stirbt gleich. Tanks sind dann echt nicht meins. Reaper weg. Reaper down. Tanks sind dann echt nicht meins. Ah, nice. Alright, jetzt wird's massiv. Wir haben wohl... Oh, ich hab wohl die... Unten rechts sind die alle. Nein, ich wollte das für eine Gute. Ich hab keine Artikel. Wir haben ein bisschen weg, aber... Oh Gott. Das Ding ich weg, hast du weg, hast du weg, hast du weg. Lass sie weg, hasse weg, hast du weg. heels heim, tems heim. Sie bist weg. VadulatedIL. Oh Gott, das ist weg, ich habWAN, be conve executing. Du sollst uns ohne deinen Mechern nirgendwo hingehen, Iria. Ja, ich weiß. Ja, warum machst du's dann? Ich hab Leben geholt. Ich hab mir verloren. Der Mai. Ich glaub, die checken nicht, dass ich hier oben drauf bin. Ach, jetzt haben wir's gecheckt. Jetzt haben wir's gecheckt. Jetzt haben wir's gecheckt. Au. 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 Okay, die Mai hat's irgendwie nicht gecheckt, dass ich hinter denen stehe. Irgendwie haben sie's immer noch nicht gecheckt. Aber jetzt hat die Russin gecheckt, dass ich vor ihm stehe. Au. Meine Pfeile drücken mich. Ich hab gar keinen einzigen Hit gemacht. Da kommt Reinhard. Au. Au. Auf jeden Fall ist ja oben hier. Ich müsse mich wieder mal meinen Drachen ausleihen. Nein. Boa. Was ist unsere Zeit angeht? Nein, so hoch Baby, you're the best Da ja fast da Mei ist da rechts, ne? Jaja, Mei down Lass dich nicht nach vorne pushen Ich will jetzt hier nicht mehr halten Ah, raus geht, raus geht Oh, er ist fast tot 3, 5, 4, 3, 2, 0 Nice! Noch gewann! Ich hab 10.000 verurteilt Ich hab Stufe 25 erreicht Ich hab einen Stein mitten durch den Bildschirm Kiefisch Ach so, als würde ich eigentlich durch die alle von hinten abgeschneitert haben Hä? Der hat alle angehittet, deswegen Oh, geil Ah Eigentlich gibt's der Heilung Hm, ja Episch 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 Level 25 25 Oh, 14 Kills Mal packen Ah Fast Level 23 Fast Level 9 Okay, halb Er hat ne Lootbox erhalten Mhm So Case Opening Lootboxen Geil Lootbox öffnet Ein Dealer Ein Blauen Und es ist ein Tribunal-Mode Ein Blauen Oh, ich hab nicht Hm Okay, Ausflusten Der, der ist cool Und einen Reinheitsgen, den ich schon hatte Kupfer Genau den hatte ich schon Haha Ja, plötzlich guck mich so ein Affer an Äh Nicht du Hm So Oh Spiegel von Tätemisch mal Ankunft am Watchpoint Gibraltar So Heißt als nächstes Es heißt Fünf Bastions Und einen Reinhard Als nächstes Reinhard Gehen wir's tut mir leid Ich rede nicht mehr mit dir Hehehe Wenige offensive Helden Ne Hier Und keine Unterstützungshelden Und immer noch wenige Unterfensivshelden Hehehe So viele Scharfschützen Ich mach zu viele Scharfschützen Egal Da steht nichts anderes als du passt drum Nicht zu wenig, nur zu viel Zu viel Einfach Wie viele Scharfschützen haben wir Der Typ mit dem Hanzo Wechselt Von Hanzo zu An Okay Hammer Ah Okay Das ist das Schild Das ist ein Anakabandruf Das Schild unendlich Äh 2000 Siehst du uns nicht mehr in seine Leben Okay Wenn das Wenn das down ist Hast du eine Aufladungszeit wahrscheinlich Oder? Ja Dann brauchst du nur die erste Aufladung Äh Wenn du Mit diesen Anstoß Jemandem kein Tank nimmst Dann ist er immer one hit down Okay Mein zweiter ist Okay Die haben diese Fotze Achso Die haben Ja Die haben Die haben Die haben Die haben Die haben Die haben Ähm Die haben 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 Wichtig ist ich stelle mich einfach hinter dich Ich würde sagen wir gehen Links raus Fahrer steht vorne am Eingang direkt Fahrer steht da vorne Da wurde Da wurde die Strahler kommen Ja Hä was wie war aber was Ihr Wo musst du Ach da Hi Äh Ich sag jetzt schon mal dass Äh Äh ne Ich spiel jetzt gerade mal Reinhard Reinhard Nicht beim Man wird allein das dein Man ist Danke Ich meine und 20 schon fehl Nein Nein Ich lauf dagegen Warum lauf ich dagegen Ja schatze Bitches running you Wenn du Schaden nehmen willst Kannst du meine Ulti nicht aufladen Du schaltest nicht mit dem Schaden aus Hä ich hab dem Schaden gemacht Aha So was ist mein Ulti Gamer Äh immer feste Druck du haust Mit dem Hammer auf Boden Es hat so ne Oh fuck Es hat so ne Reichweite und Du schmeißt die Gegner nochmal Sonnen Bom Wir liegen dann fricke Bestimmte Zeit auf dem Boden Wie gesagt F1 Neee Ist ja langweilig Hier ist Kevin Oh ich bin dran Kevin hat mich getötet Hehehe Der ist so nur am Stöhnen Weil ich Leben versuchen habe Heeey Roadhog Geh weg So hab ich den nicht geplant Den ein Kann sich nur das hier stecken Ich komme Ich komme Ich komm zum Verzeugen Ich find schön Dass ich mich als Mercy ausmacht Selbst teile Hm Ich hab eine Ulti Also wenn ihr sterbt Sterb Sterb Ich hab eine Ulti Also wenn ihr sterbt Was für ein Radius hat meine Ulti Sterb sein Was für ein Radius hat meine Ulti Wir haben auch eine Mercy Viele Leute auf uns vor dir sind Ja Aber so lohnt sich halt gerade nicht Aber so lohnt sich halt gerade nicht Äh Aber eben waren hier halt viele Wir würden mit einer machen Zwei Lohnt sich das für zwei Leute? Hm Ja Da ist ein Flagship Äh Sie haben so ein Schwein hinter euch Schwein Ich bin doch kein Kick Ich bin doch Ich bin doch Ich bin doch kein Kick 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 Kilo Ich heile dich gegen Julian Haha Julian ich heile dich Julian Ja aber das Schild kannst du aber geilen J-J-J-J-J-J Ah Aua O Den K.A.G.B.S G hub Geile dich. Keine Sorge Keine Sorge Die drachen Was sind die ganzheit in der Gruppe gemacht? Ich muss eigentlich die ganze Zeit um Dauers Schild rumlaufen oder? Ja Das ist Reinhards Job Mehr macht er nicht Er ist nicht darauf aus wie sie zu füllen Aber er macht auch ein Mennad dafür Ah Da krieg ich immerhin hier Objekt-Zeug fliegepumpt. Der Schwein ist oben. Hey, ich? Ich oben. Hilfe. Wie viel Aufnahmezeit hat mein Child, wenn's down ist? Seh ich sofort, seh ich sofort. Wer, wer, wer ist hinter dem? Der Schwein ist hinter ihr gewesen. Okay, jetzt. Ah, vier, fünf Sekunden. Mein Child ist wieder da. Hast du Leute, jetzt aufpassen. Die war slow. Da hast du geschützt, da hast du geschützt. Hinter uns ist jemand. Die stehen nicht nur vor uns. Dieses Deutsche ist echt nack. Die war down. Ah! Ha, ich hab still. Wow. Oh, das hat ja gut funktioniert. Ich hab keine. Du musst erst reinhalten oder? Ja. Ich hab noch keine. Ja. Dafür hab ich die meisten Zielfortschritte zeigen. Ja. Äh. Fast zwei Minuten. Ist jetzt nicht der interessanteste Charakter? Reinhard. Ja, okay. Ist jetzt nicht schlimm, aber... Mir sterben. Also, Reinhard steht einfach nur neben der Fracht. Geil. Geil. Leute, fünf machen wir gerade die Fracht. Die haben jetzt auch noch nie. Oh, mein Child ist down. Oh, sag ruhig. Geil. Geil. Da ist ein... Was ist denn jetzt? Doch. Helden sterben nicht! Hast du deine Ulti, Gamer? Ja, ich hab sie gerade eingesetzt. Das war doch wo. Für mich ein Licht tot. Hast du mich nicht wieder benannt? Ich hatte 14 Indemnierungen und das war mein erster Tod. Ich hab jetzt eine Million und drei Tore. Mir stirbt keiner weg. War mein erster Tod gerade. Ich freu mich nicht in den Tank vor mir. So, dann bin ich da wieder zugeschürzt. Ich geh, ich geh doch zum Geschwind. Ich kann nicht schneller. Das ist Reinhard. Doch. Spritattacke. Oh Gott. Da kommt ein Ulti. Genau. Und dann hat's da so mein Hammer oder mit der Ehe. Ja, fuck. Ich hab mich eingefroren. Ach komm. Scheiße. Wenn die auf dem Bund liegen, das geht. Wenn die auf dem Bund liegen, das geht. Wenn die auf dem Bund liegen, dann was? Ach so, die zweite meinst du? Ich hab das bei mir nicht eh. Ich hab das auf das Vierte und Füfte Maustart überlegt. Ich kann dir auch mehr Schaden geben. Du kannst dir mehr Schaden geben? Nein, das ist gut. Aber ich kann nur eins von beiden machen, deswegen. Wie mehr Schaden? Ach so, dass ich mehr Schaden mache. Der Dima hat mich gekämpft. 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 Hörn, ich hab das letzte Mal. Ich bin. Ah, wow, das ist die erste Mal. Ich bin zufrieden. Hörn, ich hab das letzte Mal. Jetzt hab ich drittens, ohne. Nein. Ich zwei! Nein nein nein. Das glaube ich, das dritte oder vierte Mal nur, dass ich negativ stand. Ja. Wieso? Da sind wir alle auf einmal schlafen. Das war alles. Jetzt bin ich, jetzt bin ich, jetzt bin ich, jetzt bin ich. Au! Eingefroren. Oh, schick. Bis dann einmal zusammengehen. Ja. Ja, ich glaube. Das war doch. Das werde ich morgen früh ganz frisch im Spiel. Nein. Klappe. Und recht. Ich habe ein Shield. Oh, oh. Oh, voll hoch, voll hoch. Von über uns, verdammt. Rückzug. Oh, oh, verdammt. Juhu. Helden sterben nicht. Ich bin so. Der ist immer noch über uns. Jetzt ist er unter uns. Jetzt ist er unter uns. Sag mal, gucku, gucku rein. So. Gebst du noch? Kevin ist vor uns. Rechts vorne ist noch einer. Der Shield ist fast da. Hier ist eine Mauer. Ich bin nicht mehr. Hier ist ein Lipp. Ach, du mein Shield ist jetzt auf. Ja, hau einfach drauf. Jetzt bin ich wieder im Friesen. Ich heihle dich dagegen, Luca. Ich hab du nicht mehr in der W posture. Ich heihle dich. Ich hau keine Sorge. Moment, du die sitzt. Nur wenn du so weit tust. Chill, chill, chill. Ich heihle dich. Kommt, kommt. Weil wie du... beim Regen fassst. Fahr weiter! Jetzt mein Drache verschlingt euch! Bestian Ulti! Scheiße! Der Drache verschlingt euch! Der Drache verschlingt euch! Die Sache! Wir müssen die Drache wegmachen! Kommt heraus und stellt euch! Kommt heraus und stellt euch! Ich hab's zu dir gesagt! Wo? Wo? Warum bin ich hier oben? Mei! Achso, ich bin auf der Power! Oh nein, sag mal kurz in Ruhe rein! Der macht doch den Chillen! Ja, achso! Ja, aber mein Chill war down! Ich hatte auch 200! Es war noch nicht ganz down, aber es war krass! Hallo! Fuck ey, ich muss mal mit Anna spielen! Wie lange hat's... Oh, geschissen! Schaut! Wir stellen fest! Genji! Achso! Ja gut! Nicole hat doch gesagt, dass die Scheiß Mai da hinten rum eiert! Achso! Achso! Boah! Jetzt hab ich ja fast viel gelöst! Highlight des Spiels! Harley! Ja, einer muss ja was machen! Genau! Ja, natürlich! Aim-Bot! Einer muss ja jetzt noch mit'n Aim-Bot! Mensch! Wie viel Kills habt ihr euch? Was habt ihr gemacht? Äh... Ich habe... Warte! Was seh ich gleich jetzt? Geblockter Schaden hier! 15.000! Geil! Ich hab... Warte! Ja, ja! Können wir jetzt weitergehen? Ja! Ja! 19 Kills! 6 Tode! Und... Ähm... Nächste Killstreet 12! Ich steh jetzt zwar nur 2 Acht, aber 2 Minuten fühl sich hier Zielfortschirm! Ja, 25 und 1 Tod! Alter! Tja! Tja! Typisch COD, Mann! Ja, würde ich sagen, was war eine Folge? Werd ich auf einmal? Lass persönlich nach oben! Oh, jetzt! War da immer eine Lootbox! Oh, schmischlich! Hä? Hä? Oh, zwei blaue? Okay! Krass! Okay! Wow! Nichts Tolles! Bis hier war ich!